Okay, meiner nimmt jetzt schon auf. Und ich tät meine Anzeige anmachen. Ist ja auch egal. So, jetzt seh' mich auch auf, jetzt seh' mir zu dritt einfach auf. Ja, genau. Dann würd' ich sagen, wir kommen zu... Lass' ich eine Anzeige machen. Loco. Okay, warte. Das fängt gleich an. Yo, Leute, und herzlich willkommen zu einer Folge mit Marco. Und Dialog 22239. Ja, auf dem Marco-Server, Vanilla, und, ja. Verbesserung, das ist ein Bucket-Server. Ja. Und dann auch bei mir willkommen zu einem Let's Play von mir. Tja, dann machen wir heute zu drittem Let's Play. Und zwar, würd' ich sagen, wir wollten ein NETA-Portal erkunden. Eh, wir sind... Die NETA-Von! Gehen wir einmal hier runter. L lig 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 lig. Das ist orange. Lieg lar! Hm. Scheiße! So. Oh, was passiert, was passiert? ich bin in der Zeit mit der Lütte schon und nur legt du musst mich länger drin sein als Sterbe wo die das Feuer ach das habe ich jetzt auch gemacht das ging jetzt auch schnell zum Glück gibt es hier keine um SZP hier du meinst NPCs wie bitte? NPCs meinst du oder? äh ne SZP also das ist dieses Spiel da das ist ein Abgrund ok egal oh das ist ein Abgrund ja was merkst du da Bernardo? nix ich weiß ja auch so wir schöpfern erstmal den Ärzte da weg hier schüppern 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 oh ja auch das leckt gerade so krass alle schreien nach Leck und bei mir leckt sicher mal ne ne bei mir leckt es ein bisschen nur ein bisschen ja aber ich hatte auch alles gerade an ich habe gerade alles an kein Wunder das leckt denn ich hab's schon die Wege aus dem Skype ähm minecraft Captasia ne ne ich meine alles an ähm in minecraft ach so also ich hab nicht fullscreen ja ich auch nicht das geht gar nicht bei Camtasia ich bin untergefallen Leute oh jetzt bist du tot tut mir leid nein noch nicht noch nicht? noch nicht aber ich glaube ich komme mal wieder zu euch rauf okay aber ohne cheaten ich cheate total ja jetzt macht der Game Mode ich mach nicht Game Mode ich enable Fliegen ja Fly oh jetzt leckt es gar nicht gut oh da ist ein Pilz oh krass Leute ich bin so nett ich ich hab mir Neter was ist denn das? Netersteine jetzt nicht mehr oh ja das schlägt mich also kein Wunder dass es in Neter so viele Gase gibt ihr wisst ja die Gase ich bin nicht draus ich bin nicht drauf geflogen Gase zum Glück ähm ja zum Glück gibt es Gase aber diese Gase hätte man also ich riecht gar nichts okay okay ja okay machen wir auch was jetzt ja was wollen wir denn machen das ist die Frage ja äh ja ich war noch nie im Neter und ich mein erstes Mal das einzige was ich bis jetzt gemacht habe ist 27 Steine abgebaut ich hab 36 Steine also ich stehe in die Burg oh hier sind ja Ziegel her mit den Ziegel 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 wir haben ne Burg ja das ist ne Burg Burg? geil nur zu schade dass ich gerade die Steine nehme Mensch das hauen wir nicht alles alles mitnehmen kleine Diebin dann aber ist schon drin in der Burg vermutlich ja ja hm was gibt's denn in der Burg hier drin schöne Sachen öh da unten ist ja ein Abgrund die Frage ist wann setzt ihr euer Let's Play Online? wisst ihr was ich mal jetzt haben ein bisschen Licht hier? weil wenn ich mein Let's Play Online mache ja äh keine Ahnung morgen also ich könnte es eventuell gleich probieren aber ich muss erst mal rennen bevor es abgeloadet wird ja ich auch rendert ich bin voll HD ne in HD ihr rendert und ich upload es immer so wie es ist ich schneid's nicht einmal lol das heißt alle meine Let's Play Online wie lange uploadest du es? wie lange uploadest du es? keine Ahnung also ich schneid's normalerweise in 15 Minuten das heißt in 15 Minuten circa mach ich einen Cut dann wird's ein zweiter Teil ja und wie lange uploadest du diese 15 Minuten etwa eine Kiste oh das ist Lauer nicht der Rhein voll oh da hat Eisen Eisen gib die Kiste Menno da ist nix drin ja Pech jetzt nicht mehr seid ihr bei in der Burg wie ist denn dieses Schloss? warte mal du bist doch bei Sazzi du bist doch bei Sazzi äh da ja wie bitte? nimm mal an ach genau Bernardo ist du bist doch Gast Bernardo ne? ja ja was ist das denn? und noch eine Kiste schreibe mal Punkt in an Punkt bitte hin und schön dass ich deinen Namen sehe danke oh das ist ähm Seelensand das macht mich ja ganz doll alarm noch eine Kiste mit einem Diamant drin Menno du findest ja so viel das ist nicht fehler das ist schon ein bisschen geil Seelensand nehmen wir mal meine Transportanfrage an oh ich bin oder ich schambe in die Lava Pilze weißt du so wie denn die Lärmengüste Marco ich find's witzig du hast mich äh Memo gemacht aber nur im Nähter nur im Nähter nein 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 ähm doch doch guck mal soll ich aufstechen ich bin Memo dann geh mal ich weiß ja noch nicht einmal wo wo das Lederportal zurück nach Hause ist dann müssen wir wieder zurück gehen ähm wisst ihr was kurz kommt ich mach ja mal was ah wenn ich Slash Home mache dann könnt ihr euch zu mir TP'n haha weil ich komm dann in der anderen Welt raus genau und die ist war der noch nicht akzeptieren da hat es noch eine Kiste oh schön okay ich habe eine Idee du probierst gleich einmal was so jetzt bist du da schreibe einmal Punkt und schau ob du Member bist also du bist Member ja ja da stand irgendwie äh you move to group member in Macy Neto da ist ja Feuer Feuer und Lava ist ja die reinste Todesfalle hier so die Eiger nehmen immer mal meinen ach weißt du was ich jetzt mach meins bin ich schon wieder boah stirbst du ne ok ja jetzt bin ich bei dir witz und ich habe ein neues Weg in Burka gebraucht ne Fackel setz erst einmal schön die Fackel nennen Bernardo willst du auch zu mir und dann die Eiger so erstmal ne Karotte nehmen wobei ich hab noch grad noch äh ach du hast schon Teleport gesendet tb auf meiner Seite kannst du auch unter Minecraft sehen welche Commands du benutzen kannst und was auch erwähnenswert ist ist zum Beispiel ich hätte dich auch von mir aus teleportieren können ja ja ey guck mal ich hab ne goldene Pferderrüstung wo hast du die her alter Mann Kiste und guck mal was ich in der Hand habe Cheat Cheat oh man ey der wurde mir alles abgeklaut aber wer mein Let's Play geschaut hat mein letztes der müsste wissen dass er es ein bisschen mehr hat ja lauft mir alle nach das ist so schöne Fackeln hinsetzen hat irgendwer von euch auch Fackeln dabei äh ja äh nö ich hab höchstens warm dabei oh nein das ist sehr offen nicht weiter oder doch da geht's weiter weiter und ich hab ne Diamantspitzacke Ningen in den Ningen in den Ningen die Fischer als nur eine Diamantenspitzsacke er hat man eher geht sie hat sich wahrscheinlich schon aus den Schädigungsdiamanten kaufen Prozent ich bin aus Warte ich komme das zum Glück gibt es hier kein Pädomen wie es Ländermann und so was und sehen sind wer will von euch hier runterspringen wo ihr habt oder schützt sich wenn er nicht mehr ich hätte sich unternehmen in den Ningen in die Küche der Aufklärung das ist eine Falle er die Köln ist voll in mir mit der Köln damit er nicht jeder hat aber wahrscheinlich steht man einfach so drüber so aber ich habe kein Essen mehr nahe dann kriegst du halt paar Kaktoffeln von mir ah danke aber ich hatte noch auf da liegen Sassi geh mal weg äh der Eger dann habe ich immer mal diese Melonen den Gewinter es ist ein Ofen was magst du damit? nix Kartoffelnbraten ja Kacktoffeln ich weiß ja nicht, wie lange wollt ihr das letzte Play machen? keine Ahnung theoretisch 11 Minuten lang also ich denke theoretisch sagen in 15 Minuten Cut aber ich könnte ihn auch mal länger servieren ja 20 Minuten wenn ihr das sowieso alle uploadet, dann wäre es ja scheiße wenn ich es weil meins kommt das nächste Woche ein also ja weil ich diese Woche schon eins abgeloadet habe ach so pro Woche machst du einen genau jede Woche ein neues ich leise eigentlich das letzte Fund meine Let's Plays hoch wie zum Beispiel dieses SCP ich nicht also ich nehme meistens vor im voraus auf ich habe gerade glaube ich ähm vier Let's Plays noch im Ordner zum Rendern also hm weißt du Marco du musst ja gar nicht verändern weil du auch kein Intro hast und so ich habe aber Intro aber warte ich muss essen also wirst du jetzt AFK ja also ich ende hier meine Folge äh jo tschüss und bis zum nächsten Mal euer Bernardo31P äh wer nett wenn ihr diesen Part bewerten könntet und die anderen sind auch in der Beschreibung lilililili ja ciao dann hätte ich noch eine Frage die schreibe ich dir in Skype bis gleich ciao ja ok Folge habe ich jetzt beendet ach ok dann zeige ich sie ja kommen sie später wieder oder ja 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 sicher ja ja dann zucken wir mit dir nochmal mit Monsters deswegen beende ich jetzt dieses Let's Play auch würde ich sagen ich mache einen Verwurster aus dem zweiten Teil und ich beende auch meine Aufnahme das war die Elga2239 Marco und Bernardo Bernardo hinterlasst uns ein Abo und kommentiert schön und bewertet das Video immer gut 3 Beendungen und der Beendnis auch noch ich würde sagen wir hatten als Gast Sazzi als die Elga22239 und Bernardo beide Links setze ich euch in die Kanalbeschreibung liken, abonnieren Facebook habe ich hinzugefügt und 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 ich bin raus so Aufnahme ist ok so So Hasst membrane